Herzlich Willkommen zurück zu Scheinloss, mitsammel mit der Züßentwoche. Und ich muss erstmal mein Team wechseln, also Team Ender. Ich level den auch, wenn den mich raus. Ja! Ja! Das ist was dann der Grund von oben ein. Also gehen wir hier. Das ist der Grund von oben. Das ist der Grund von oben, und das ist der Grund der Grund von oben. Mein Name von oben hat und sieht man rein. Das ist der Grund von oben. Ah ok, ich muss erst hier Oh scheiße, ich brauche, ich muss ein bisschen Struck stecken, wenn ich schon mal geht Jetzt ist das ja wieder Guuuut Zu dem Zwerg Ich verm後 bin Fahrt Das war wirklich ein Metzger, aber das war so 4 und des Forms anstrengend, aber ich halb Halbste war wie die 5-4 in den Himmelten nicht, das sollte richtig aus Was ist das für mich an? Oh die Scheiße! Ich meine, das ist... ...waat!? Scheiße, Scheiße. NANAMURAL Untertitelung des ZDF, 2020 NANANURA! 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 Los, kleine Pukki! Alter, leck mich fett! At tutorials! NANANURA! NANANURA! Cap pilot! Was ist denn der Boogie? Jetzt zieh den Distinkt durch, Scherz! Alter Schwede, ich verpiss mich hier. . . Was ist denn hier? Da steht das noch nicht so. Hm, ich bin wahrscheinlich nicht so weit von wie ich jetzt hier bin, wie ich das sowieso denke. Ich bin natürlich auch nicht her, aber gut zu wissen, wie es hier hingeht. Also, die Seite hat dann wieder schon mal verpasst, wieso nicht? Ich muss ja immer noch dieses scheiß Rätsel lösen. Ich glaube nicht, was Andra erzählt, das Mästen von Böse ist eine Knappe, aber ich schätze nicht, dass es dazu führt, dass sie in die Vergangenheit bringen können. Aber wir müssen die Leute unbedingt die Wahrheit erfahren. Und wir müssen die Jäden uns bezogen und verdienen. Wenn man die Viecher mästet und die Viecher dann in die Zukunft schauen, Ich schnudle ja vorher schon da hinten in den Sand. Scheiße, was kann ich denn da nicht tun? Ah, meine Steine, ich bin so dumm, ich kann da meine Steine da drauf legen. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Hä? Warum? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Losé! Und jetzt? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ha! Ja, ja, ja. Die Metziert rupft. Ok, die bleibt aktiv. Ok. Ich geh doch mal mehr. Ich geh doch mal einen Ziegelstein. Guck mal, ob das nicht Platz ist. Ich geh doch mal einen Ziegelstein. Ah, ok. Warte mal. Wenn wir das so machen, dann müssen wir das mit dem verbinden. Nein, das ist der Lieder. Genau, mit dem müssen wir die Dinge machen. Locker, Alter. Locker. Nice. Komm mal hier, ich weiß. Passiere dich immer an. Garant, ich nehme dich. Es geht wieder, aber... Wann es weiter? Wannieter? Das ist nicht so, was sie hier. Wollen wir den Geschmackstift. Jetzt weißt du mal den Scheiß hier nicht. Gegenstand. Das ist nicht disziplierend, oder? Ach ja. Ach so, wo der kann ich lernen? Oh, okay. Das würde es am Angriff stärken. Oh, hier wollen wir ja gar nicht. Was ist denn hier jetzt? Ich habe die Überzeugung hier durch den Scheiß hier. Wo haben wir denn da? Hier da. Ihr habt hier an diesen Heiligen Lister verloren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie wichtig dieses Ort für die Welt ist. Die Bullis sind die Heiligen Hüter unserer Vergangenheit und des Schatzes Inneres bei unserer Ahnen. Sie mögen zwar nicht besonders erablerken, aber dennoch sind die Heiligen Kreaturen im Universum sie einzufangen und zu verbrauchen. Das ist ein Sacrileg. Wie konntet ihr sie so ausbeuten? Ich hatte allerdings eine Idee, wie mehr Reis gewinnt werden kann. Ich gebe mir ruhig, damit ich sie jetzt gut kauf und beschützen kann. Das ist logisch, klingt das irgendwie schön. Wie auch immer. Leider haben wir auch einen Aufzug zu erlegen und werden uns nicht davon abkriegen lassen, um uns zu erfüllen. Ihr wisst nicht, was ihr da tut. Ihr werdet dafür sorgen, dass ihr freut sich bei uns. Ihr werdet intensiv noch einmal versuchen. Du siehst nicht. Wenn du siehst, schweigen die gefeindlichen Hüterung für neue Effests Новwillen. Du siehst, wie. Sie sehen, über die E隊 gekommen sind. Du siehst, Onge Chine und arenas etwas zugeben. Du siehst, wir siehst, und siehst du unter denen. Du siehst, Siehst du es real hast. Du siehst. Also, die wurden dann abzackt mit dem Mist. Ich denke, Frau. Ich will nicht sterben, aber ich zink doch nichts. Ihr, ihr seid Monster, ihr werdet werdet haben geräumt. Tauber! Tauber, ihr hbt. Tauber, ihr hbt. Ich bin halt ein fieser Kerl, ich kann mich nicht sagen. Großer ist wunderbar. Sind das alle? Die werden so schwimmen. Ja, das werden wir. Die sind reich. Und hier? Und hier auch. Die sind reich. Die sind reich. Das war's für heute. Das ist ein Scheißerner, der hier ist. Ich hab ihn nicht mehr zurück. Ich hab ihn nicht mehr zurück. Einmal die Elefrau besiegt. Die im... Mal gucken was jetzt. Das ist ein Scheißerner, der hier. Okay, go! Untertitelung des ZDF, 2020 Auf geht's durch. Was ist die richtige Reise mit Nassau? Oh, das ist so cool. Jetzt können wir die Jäger wieder in die Arbeit gehen und arbeiten mit dem nächsten Tag. Das Geldstuhl-Kitt ist immerhin die Pferde. Ich bin überzeugt, dass wir in der Rechte freuen, dass wir die Jäger in der Pferde stehen. Theoretisch stehen wir in der Nacht, aber auch in der Rechte wird das Leben in der Hälfte. Jetzt können wir das nächste Abgeschleusmöbel saugen. Pferdenweber Distillieren kriegt. 625, 625, 625 und trotzdem der Bild. Das ist die Rehabilitation. Das war's für heute. Alter, Baby, komm her. Was ist das denn? Alter, wie geil bist du denn? Das Ding ist ja riesig. Oh, ich hab gereiht. Oh, ich hab gereiht. Ich hab gereiht. Alter, wie geil ist das Ding, bitte? Boah, das wär so geil. Komm, ich hab's ausgelöst. Komm, mein kleines. Die Wurzeln. Jetzt, wenn ich nicht schaue, dann muss ich mir nichtschmerzen, das ist nichts. Beide zu uns komm. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe das schon wieder gesehen, oder? Ich muss schon wieder fallen, oder? Ah, das ist okay. Okay. So, wenn nichts, äh, die nichts habt ihr ja alle fertig platt gemacht. Danke, wieder nach Hause. Danke, das habt ihr gut gemacht. Fake neu. Sonst wenn ihr nur wollt, die ersten werden, dann können wir auf die Treffung verdritten. Das ist die Fingern. Ah, das ist die Sense. Alter, wie geil. Das ist die Sense. Ich gehe jetzt steigern. Wie die haben. Alter, das ist so geil. Ich schiebe mal rein. Ich muss das Wasser rausnehmen. Oh, mega. Ja. Ja. Geil. Aber dann ist es auch noch mal richtig auf. Ja gut, ich würde sagen, mit diesem Board gehen wir dann endgültig mal zur Hauptmission. Gut, die Gäste am Ugeschaft. Cool, dann gehen wir gleich mal hin und die Tür hat die Ableber. Sensationell! Ich dachte, ich habe die Ableber verdient. Ich denke, da gibt ein Ableber zu entgriffen. Ich habe die Ableber verstanden. Ich habe die Ableber verstanden. Oh je. Jetzt wird es so gut. Ich habe die Ableber verstanden. 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 Quasi da drüben, im Schloss. Gut möglich, werden sie ja nächstes Mal erfahren, dass sie abhängen. Wieder halt, scheinbar ist, vielleicht nicht mehr. Jetzt haben wir noch nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020